...droht derweil, einen FKK-Strand zu verwüsten, an dem erst gestern ein nacktes Paar brutal ermordet wurde. Fünf Meilen von der Stelle, in dem das letzte nackte Paar brutal ermordet wurde. Kommen wir nun zum Sport. Und es ist ein grauenvolles Video aufgetaucht, das jeden, der es sich ansieht, nach sieben Tagen tötet. Es stimmt. Wir alle sind in großer Gefahr. Oh, nicht doch. ... außerirdischen, die verhindern wollen, dass sie die Wahrheit erfahren. Kämpfer sind sie wahnsinnig. Ich muss das tun. Unrichtigstellung. Es besteht keinerlei Gefahr. Alles, was ich gerade gesagt habe, war schlicht und ergreifend gelogen. Nein, das war es nicht. Hey, was macht das? Geht weg da. Los machen Sie, was schmecken Sie? Oh, Sahitzelgesinga. Guter, 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 baschari, wahari. 7,193490. Hütten, Wautel, Blacken, Backen. Klammer auf, Komma, Komma, 18469. Ich putze für dieses dämliche weiße Arschloch Giggins schon seit zehn Jahren. Aber dafür treibe ich's mit seiner Frau seit zwölf Jahren. Verstehst du, was ich meine, Nigger? Sie steht auf den Schokobär. Weltschatten zum Präsidenten, alles klar?